Da oben war also nur, um die Soße anzufachen. Genau. Oder? Nee, da oben war... Genau, da muss der Laser hin. So war's. Da muss der Laser hin. Haben wir jetzt das Prisma mit? Nee, wir haben nur den Würfel. Immerhin. Aber da hinten das Prisma kriegen wir doch niemals heraus, weil da diese... Verstehst du? Die... Da ist doch die Barriere davor. Und die kann man auch nicht ausmachen, weil da ist nirgendwo was... ne Verbindung oder sowas. Oder ist da unten ein weißer... Naja, ja, ja. Nee. Nicht? Ich glaube, da war kein weißer Boden. Weiß nicht genau. Ich mein, es muss ja irgendwie funktionieren. Ich kann ja mal sterben. Nee, doch nicht. Könntest du ja. Ähm. Aber muss ja nicht. Ähm. Wo kriegen wir ne Kugel her? Das habe ich mich auch schon gefragt. Und brauchen wir überhaupt eine Kugel? Das ist die andere Frage. Ich mein, das verbindet sich ja mit... Mit... Der Schräge hier. Wir sind hier irgendwie rüber. Das heißt, sie ist abklappbar. Ach so. Ja. Wobei ich mir nicht grad sicher bin, ob das so notwendig ist. Ich mein, man fliegt da hinten ja auch so hin, wenn man einen Schwung hat. Ja. Also, wenn man einen Schwung hat. Ich wollte jetzt springen, aber das geht nicht. Ähm, ich... Pff. Das heißt... Ach Gottchen. Ich... Hm. Komm. Äh, kann man das Ding dann bewegen, das Teil hier, die Fläche? Ich behaupte einfach mal von da oben aus, ne? Ja, 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 ja. Dann wird man es höchstwahrscheinlich nicht können. Aber wie kommt man da hoch? Ich gucke nochmal von oben. Der ist, äh, ne... Ja, da kann man hier, ne, Würfel draufstellen. Oder sich selber. Je nach Laune. Wahrscheinlich sich selber. Aber da hinten ist halt eine Fläche. Ich brauche irgendwie... Komm, ich ziehe mich mal da rüber. So. Hi. Wat? Wo? Wat? 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 Hahaha. Ich habe da oben halt wieder drauf gedrückt. Achso. Ist das hübsch. Da geht ja hier alles los hier. Gucke mal. Haha, verarschen. Nur die Hälfte. Stimmt. Er ist ja... Schon ein Profi. Das ist... Trickig, ne? Reicht das? Aber ist das jetzt... Weiß ich nicht. Ich glaube, auf der Strecke liegt noch nichts. Rennen noch ein paar mal. Ich kann das auch noch weiterführen. Ich glaube, wenn ich hier sterbe, dann dauert es eine ganze Weile, bis ich wieder hier hinten hinkomme, oder? Nein, dann mach es nicht. Das sieht so schön aus, wenn du durch die Gegend fliegst. Du solltest Kunstturner werden. Ja, ich bin Kunstturner. Achso. Das ist mein zweites Hobby. Ja. Un-Synchronschwimmer. Mit dir selber. Ja. Ich bin immer sehr synchron mit mir selbst. Ja. Das muss man auch erst mal hinkriegen. Ja, möchtest du da mal machen, oder? Ich möchte mal. Aua. Da ist eine Wand. Richtig. Und sonst nix. Und ein Prisma. Oh. Zwei sogar. Oh. Soll ich... Äh... Äh... Und jetzt noch ein anderer Knopf. Noch ein Knopf. Und hier ist... Alter Schwede. Ich drück mal hier drauf. Ja. Jetzt ist hier unten irgendwas passiert. Da kommt ein... Da kommt ein... Das liegt an der Verbindung. Da kommt ein Ball. Wo ist der? Der liegt irgendwo im Raum, oder? Du bist... Ach hier. Hallo. Hi. Kannst... Nee... Äh... Prisma kannst du mir da nicht durchschmeißen, ne? Nee. Hier ist alles zu. Ich gucke mal, was überhaupt das Bällchen hier macht. Hier ist eine Portalfläche. Uah. Ja. Jetzt ist das hier wieder zu. Ich gucke mal, was das Bällchen hier macht. Es aktiviert eine Bridge. Eine Bridge. Ähm... Hm, hm. Kannst... Nee, kann... Nee. Ah, damit... Ah, alles klar. Ich hätte gern, äh... Hier. Laser. Nee, ich meine... Prisma. Ich... Äh... Ich kann dir noch mal hier Zeugs geben. Äh... Ne? Ja. Oh. Oh. Das war ungünstig. Du... Du machst einfach mal am besten nix. Dann geht auch nix kaputt. Okay. Ich kann hier im Grunde... Also ich kann hier nichts machen, bis auf den Knopf drücken und deswegen... Ja, deswegen gebe ich dir da gerade mal etwas... Äh... Anderes Zeug hin. Jetzt habe ich nicht, äh... Nicht auf Offline gestellt hier. Bitte? Und die Honeyball spielt gerade Assassin's Creed. Oh. Ja. Assassin's Creed. Vielleicht nimmt sie ja auf. Ich weiß es nicht. Ja. Äh... 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 Ähm... Äh... Ach da. So. Ach ja, das blubbert ja hier auch durch, ne? Aber komme ich dann da rüber? Juppei di, juppei do. Muss ich springen höchstwahrscheinlich. Vielleicht kommt die Sprungsoße zu dir, Herr Roh. Ach so, da, wir, wir, kriegen wir denn diese, ähm, 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 sprich, ähm, das Kraftfeld, kriegen wir das Kraftfeld weg? Das ist eine Frage. Jetzt bin ich orange. Kannst du denn ganz rüber springen oder fehlt es dir noch einen Elan für? Oh nein, das war so knapp. Ich war knapp, ja, durchaus. So, jetzt, jetzt, jetzt bin ich mal, jetzt bin ich mal gespannt hier. Äh, ähm, das kann, ich kann eventuell schneller gehen, als du befürchtest. Okay. Ne, geht's gar nicht. Mist. Hm. Hemmm, Pilz, unterm Sofa. Äh, öh. Du müsstest einmal da oben an die Schräge, ja, auf den Knopf, wenn es denn geht. Iiiiiaa. Ja, dann, tu das doch bitte. Bopp. Oh, zack. Hm. Oh. Au. Wo bist du jetzt denn? Achso, mein Bild war gerade komplett weiß, also das unten rechts. Es sah aus, als hätte, äh, was weiß ich, als wärst du in einer Supernova gefangen gewesen. In einer Supernova? Ja. Ich bin, ich bin eine Supernova. Weil du so blendend aussiehst. So. Ja, ich kann ja da, wenn du mir öffnest. Ich bin, ich bin da. Und wenn du dich mir öffnest, mach ich dir ein Portal hin. Ich bin dir offen. Bist du ein Ofenfachmann. So, du kriegst da mal ein Portal. Danke. Bitte. Ich komme. Ich bin doch. Och, wunderschön. Ähm, ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, so von da hinten dann mit dem Durchspringen. Ich weiß es auch nicht. Soll ich das mal probieren? Versuch das mal. Ich muss erst mal da rüberkommen, ne? Ja. So springe ich mit Leer-Taste. Aha, 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 aha. Ja, dann reicht das auf jeden Fall in die andere Richtung, oder? Äh, etwa. Hui. Ja. Das reicht sogar hier vom, äh, vom, vom Kraftfeld. Ich hole mal eben den. Versuch das mal, ne? Ja. Kannst du auch gleich zweimal machen. Mach, durfst du da mal bitte, bitte da hinten so. Wo, 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 wo? Knöppelst. Ja, der da oben. Äh, ne, links, 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 links. Links, 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 links. Da oben. Da oben, der da? Ja. Okay. Huber. Wir nehmen schon grad wieder viel zu lange hier für diese Map auf. Das stimmt allerdings. So? So. Weil wir, wir sind auch eigentlich so gut. Aber es ist, es kommt immer nur in den Aufnahmen nicht so rüber. Okay, jetzt. Es ist die besondere Magie. Jetzt ziehen wir hier nochmal richtig durch. Ich hab auch nicht die Zeit gestoppt, wie lange wir jetzt hier schon. Au. Äh, was war das? Ist es mal kaputt jetzt? Weiß ich nicht. Ich hole nochmal eben zweiten. Ja. Und wir müssen dann nochmal das Tor, äh, öffnen. Ja. Ne, das passt schon. Jetzt geht's zu. Ja, ist okay. Bist du schon da? Äh, kann ich den da nicht einfach rüberwerfen? Ich bin noch nicht da. Ne, aber... Es war zu kurz. Rums mal so zu sagen. Ach Mensch, ich würde mir gerne irgendwie einen Safepoint hier setzen. Ja, das wäre schön. Ja. Zack und zack. Aber wir machen das jetzt mal im Schnelldurchgang. Bekennen das ja jetzt schon. Äh, wo muss ich lang? Du musst jetzt auf die, auf die Sprungschanze. Ach ja. Rüber. Boing. Boing. Genau, und jetzt von da oben. Ja, hier, weg. Woher keiner. Da. Genau. Hui. Pam. Zack. So, ich komme. Ja. Ja, ja. Ist ja nicht so, als dass wir das jetzt hier üben würden. So. So. Und dann können wir das irgendwann in Sekundenschnelle hier. Ja. So, bist du draußen? Ja, ne? Ja. Ja. Oh. Ich weiß, ich, wahrscheinlich, wenn man den Würfel dann einfach wirft, ne, den Würfelwerfen, Weitwurf, äh, Wettbewerb, dann, äh, vielleicht geht das dann ja. Vielleicht geht es aber ja auch anders. Vielleicht müssen wir dann nur, wenn wir unsere Arme ganz weit auseinanderziehen. Ja, ich verstehe, dass sich einer rechts fest. Ja. Ich bin froh, dass du die gleichen Gedanken hast. Ja. Auf jeden. Und es, äh, macht mich etwas besorgt. Wie kommt gerade noch? Ne, aber es bringt uns gar nichts. Ne, ist schon gut. Ich hatte nur gerade gedacht, dass man ja eventuell hier auch sowas nutzen könnte. Damit ist man dann ja auch schön schnell. Wo bist du denn da jetzt? Du bist dann da drauf, da. Ja, also, ne, ich, man kann es ja, ne? Es gab Warnung gerade so. Ja, ich meine, was haben wir jetzt eigentlich davon, dass hier, äh, die Lightbridge ist? Ich meine, es ist so langsam, wenn man dann wieder vom Orangen runter geht. Das ist immer so ungewohnt. So, Knoppels. Eigentlich müssen wir... Ach so, das ist nur, damit man da den, äh, Prisma-Würfel dann draufstellen kann. Ach so. Okidoh. Das heißt, wir brauchen erstmal noch einen. Ich will mal was ganz Kesses probieren. Ja. Das funktioniert nicht. Ich hätte aber noch weiterspringen können. Hättest du? Ja, wenn das andere Portal-Richtlicht gewesen wäre. Ach so. Obwohl, ich probiere das mal mit dem, mit mir selber aus. Also, mach mal Experimente mit mir. Aua. Das weh. War falsch. Das war eindeutig falsch. Äh. Das war sowieso das Falsche. Aber ist egal. Das sieht schön aus. Finde ich zumindest. Na? Oh. Oh, komm. Ein bisschen Skill muss auch mal sein hier. Oh. Was? Was freust du dich eigentlich gerade? Nicht. Das sieht... Au. Super. Ich sehe das ja auch selber so von der Seite. Immerhin leicht daneben. Immerhin leicht daneben. Komm, komm, komm. Nicht, dass sich das jetzt jemand als Zeitstellung missversteht. Ja, ja, ja. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube auch. Man driftet irgendwie zum Schluss immer nochmal ein Stückchen zur Seite, ne? Äh, ja. Warte. Mies, jetzt will ich das aber auch schaffen. Wahrscheinlich ist es unmöglich und das wird die längste Aufnahme, die wir jemals gestartet haben. Du hast mich gebremst. Was? Wo? Was? So, ich gehe wieder auf die andere Seite. Tschüss. Siehst aus wie ein Eis. Tänzer. So, hier bitte. So einfach kannst du gehen. Lauf mal bitte nochmal hier auf dem... Wieso? Das sieht... Bei mir gehst du halt die ganze Zeit geduckt und das sieht aus, als ob du... Ich glaube, das sieht nur so aus, weil ich ducke mich jetzt. Ja, für mich ändert sich da nichts. Du bist nur langsamer. Das sieht aus, als ob du eine Eiskunstläuferin wärst. Wenn ich auf deine Sicht schaue, dann sieht es halt... Normal aus. Richtig aus. Ja. Jetzt habe ich hier einen Würfel. Ja, ist ja gut. Es ist einfach... Es sieht einfach super aus. Es hilft uns nicht bei der Lösung, um es mal so zu sagen. Das ist richtig. So, hier. Kinders. Ne? Ich würde ja auch mal was erlernt hier. So, jetzt sind wir auch schon fast durch. Also, von uns halt, ne? Also, wir sind jetzt durch. Ziemlich durch. Ja. Ich weiß nicht, ob wir... Ich mach da hinten... Richtig, jetzt muss da einer hoch. Ah, das... Wir müssen dich da hochschmeißen. Oder mich. Ja. Ich glaube, du musst... Ich muss. Obwohl, ist eigentlich ziemlich egal. Wie haben wir das vorhin gemacht? Hier, hier hinten. Ach ja, richtig. Ich erinnere mich. A paar Rädchen. Das heißt, ich muss dann das Helde... ...umsetzen. Fällst du? Ich falle... Nicht mehr. Nicht mehr. Ich falle... Zack. So. Das heißt, äh... Jetzt, äh... Ganz furchtig. Ja, oder so. Zack. Das ist aber... Aber wir brauchen jetzt hier noch ein Prisma. Verdammt. Ja, das kann ich dir eben geben. Ach so. Ist da... Liegt der andere da hinten noch? Nee, ne? Da komme ich ja nicht ran. Ach, da kommen ja... Da kommen ja keine neuen, ne? Jetzt muss ich alles selber machen. Doch, klar. Jetzt kommt eine neue. Ach doch. So, ich beeile mich mal ein bisschen. So. Mit den Möglichkeiten, die ich habe. Rüber! Wahrscheinlich hänge ich gleich fest. Ah, ja, ja. Das ist ja ein Wettlauf gegen die Zeit. Du schaffst es. Und gegen das Altern. So. Wunder doch schön. Äh... Moment. Jetzt kommt Trick Nummer 30. Jetzt darfst du gespannt sein. Okay. Okay. Ich habe ihn! Du hast ihn? Wunderschön. Ach, geil. Wunderschön. Wunderschön. Das ganze Übung hat doch gelohnt. So, was passiert jetzt? Jetzt müsste die Tür hier unten aufgehen. Ah, ja. Wir müssen uns da vorstellen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt gedauert hat. Ja, so circa eine halbe Stunde, glaube ich, insgesamt. Ich weiß es nicht genau. Ich sehe es nicht. Aber wir haben es geschafft. Ja. Darauf kommt es ja an. Genau, richtig. Und der Weg ist ja auch das Ziel. Ja. Außer man fährt Bus. Dann ist es, ja. Dann, ja. Dann gibt es nichts Schlimmeres als den Weg. Das stimmt. Und, äh, äh, soll das jetzt schon unsere Weisheit des Tages gewesen sein? Ich glaube, das reicht einfach, äh, für heute an Weisheiten, oder? Ja. Wir haben wieder so viel gelernt heute. Oh. Über das menschliche Miteinander. Ja. Und gegeneinander. Ja, genau. Ihr möchtest du da reinsteppen? Ich steppe hier rein. So. Ah, ja. The last number. From Mr. Brausepulver. Ja. Vielen Dank, Mr. Brausepulver. Gib einen Daumen hoch. Das stimmt. Mein Hirn ist zwar irgendwie Matsch, aber... Was ist Matsch? Dein Daumen? Mein Hirn. Ach so. Hirn. Ja, dann musst du dir den Daumen nicht ins Hirn stecken. Ach so, ja. Gut. Stimmt. Das steht ja aber auch nicht drauf, ne? Nee. Nee. Ja, äh, schön. Wunderbar. Ja, dann, äh, wünsche ich euch noch was und, äh, uns allen. Ja. Und auch schon mal fröhliche Weihnachten so im Voraus. Und Ostern auch. Ist ja auch bald. Ja. Ja. Wunderbar. Dir auch, Hetnassi. Danke. Ja. Ja. Bitteschön. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Und Spital. Dö. 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 Bis zum nächsten Mal.